So, herzlich willkommen zurück zu SMADNESS RETURNS Und ich hab grad Kontrollverprobleme, mal gucken Naja, es leckt, leckt, leckt Verdammt, mein Bruder schon wieder irgendwas, oder was? Geht jetzt hier ab? Ich bin jetzt hier aus, aber... Ich bin jetzt hier vorgesehen, und ich muss dir kommen Neue, verstellen jetzt nicht mehr und ihr Befehl Bum, ich muss dann nochmal weghaben, Lachen und nachdem, in die Tür zu den Reln Bescheid das nicht, oder was das nicht, oder was das nicht. Oh Scheiße. Hä? Hab ich was? Wie wo? Wie ich? Ich verwirrt? Wie komm ich da her? Scheiße, ich hatte mir den letzten Pass vielleicht doch noch mal ansehen, als ich ihn geschnitten habe. Gestörte Menschen ernähren sich von den Gefühlen der anderen Enders, von ihren Stärken und Schwächen. Nein. Oh Baby! Die letzten zwei Tage und meine Ferien, und ich zocker. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Tötet werden oder getötet werden. Das war's für heute. Das war's für heute. Fick dich, Alter. 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 Fick, 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 Alter. Ein Rätsel Gut, so Haben wir das geschafft, dann müssen wir kurz da und da ein Rätsel Das ist gerade so scheiße Oh Eingehörn Das, was der Menschheit fehlt Scheiße Nein Okay, wieso ich durch die Stimpfe durch So, ersten Bereich Ich hab das nicht mal berührt Also, das sind die Scheren, die sie schon haben Fick Fick Das Wunderland zu retten bedeutet dich selbst zu retten Ja, mich rette ich sowieso nicht selbst, weil ich nicht im Spiel bin Also, könntest du vielleicht alles persönlich ansprechen? Ach, scheiße Ach so, ja Ich hab voll vergessen Ich hab voll vergessen Das ist hier ja nicht mit der Zeit, sondern mit der Keine Trim-Bombe Funktioniert Ach so, da komm ich her Ja, ja Ah, jetzt weiß ich, was das genau ist Wieso müssen da denn auch noch Stacheln sein? Ich mein ja nur Boah, ich muss das am liebsten alles niederreißen Oh man Oh man Oh man Oh man So, die Dinger am Glas kann ich nicht Gebrauchen, aber wie soll ich das verstehen? So, die Dinger am Glas kann ich nicht ουν Ach ne Ach nah nööööööööee Ich hab auf diese Fiecher keiner Lust Ich muss mich überlegen, dass die Fische immer groß sind, ja. Das war's. Ich weiß, dass ich das überleben kann, verdammt. 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 Im Kochtopf Ich hab' ich dieses Scheißlinge völlig gebraucht Hoffentlich komm' ich damit hier weg Ich muss nur meine Waffe auffristen, oder? Ich muss nicht mehr weg der sieben Meine Kontroller spackn'n rum Bei einem ist der Analog Stick Rette uns ja, du mich auch Bei einem ist der Analog Stick im Arsch Bei dem anderen nur eine LED Aber schon abfuck Vernichte, was dich zu zerstören droht Hau hua Hätt ich's doch einfach haben können Achso, noch mehr Klopperei und danach Ende des Sparts, ne? Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine... Ich hab eine Idee, verfickte Scheiße, ja! Komm schon... Was ist denn... Okay... Okay, gucken können, da ist... Okay... 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 Oh... Oh ... Oh ... Oh... Ich wusste auch, dass ich dich nicht gegen den Chaos richten kann. Puh, wieder an einem Henker vorbei und ja... Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!